Ich habe mich entschlossen, zur Vorlesung 10 nochmal eine zweite Fassung zu erzeugen, wo ich einige Folien ein bisschen abgeändert habe, manches etwas schöner verdeutlicht habe, hoffentlich, und etwas die Argumentation geglättet habe. Und das möchte ich jetzt hier noch einmal vorzeigen und einmal durchsprechen. Es geht also um die Vorlesung 10, wo die Handlungsabläufe weiter fortgetragen wurden, fortgeschrieben wurden und wo die Navigation, die ersten Hinweise zur Navigation, also zur Orientierbarkeit gegeben wurden. In der vorherigen Vorlesung wurden vor allen Dingen Inhalte zur Rückmeldung besprochen, also die Kriterien, die Gestaltungshinweise zur Rückmeldung, wie sie gestaltet werden muss, Unmittelbarkeit, Lokalität, Differenziertheit und Attentionalität. Unmittelbarkeit bedeutet dabei, dass sofort eine Rückmeldung gegeben wird, unmittelbar eine Rückmeldung gegeben wird, keine langen Verzögerungen auftreten. Lokalität trägt dem Rechnung, dass die Wahrnehmung des Menschen selektiv ist, dass man vor allen Dingen in einem sehr schmalen Bereich etwas sieht und deswegen eine Rückmeldung idealerweise in diesem Bereich stattfinden sollte, also dort, wo man auch hinschaut. Differenziertheit haben wir besprochen, gibt es zwei Aspekte, einen rückschauenden Aspekt, das also genau beschrieben wird, was eigentlich der Grund ist für die Rückmeldung, woher die Rückmeldung jetzt kommt und einen nach vorne schauenden Aspekt, den wir Feed Forward genannt haben, der beschreibt, was alles die weiteren Handlungsmöglichkeiten sind, was auf diese Rückmeldung jetzt folgen kann. Als letzten Punkt, die etwas über die Rückmeldung hinausgehen, schon der Punkt der Attentionalität, da geht es darum, dass es bestimmte Ereignisse gibt am System, dass irgendwas eintritt, was jetzt nicht direkt mal eine Rückmeldung nennen könnte. Typisches Beispiel ist, die Festplatte ist voll oder irgendwie so etwas oder irgendein Prozess ist fertig, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann ist die Attentionalität gefragt, dann muss man die Aufmerksamkeit auf den Rechner ziehen, auf eine bestimmte Stelle ziehen und da haben wir auch bestimmte Techniken für besprochen, mit denen man das machen kann. Kommen wir gerade noch einmal zurück zur Unmittelbarkeit. Unmittelbarkeit heißt, man soll sofort eine Rückmeldung geben. Manchmal geht das aber natürlich nicht. Manchmal hat man Langläufer, man hat irgendwelche Prozesse, die brauchen halt lange. Und da kann man ja nicht an das Ergebnis, was man noch nicht hat, schon anzeigen. Was macht man dann? Man verändert den Fokus. Man bezieht die Rückmeldung nicht auf das Ergebnis, sondern man bezieht die Rückmeldung auf den Prozess selber. Das ist, was wir hier zeigen, das nennen wir fortlaufende Rückmeldung. Was ist fortlaufende Rückmeldung? Was hat es damit auf sich? Ich zeige, wie man es hier oben rechts in dem Beispiel schön sieht. Ich ziehe fortlaufend den Fortschritt dieses Prozesses an. Warum mache ich das? Ich brauche dann nicht die ganze Zeit hinzugucken. Ansonsten, es würde ja zum Beispiel auch reichen, ich zeige einfach nur an, dass etwas gemacht wird, so eine Art Working. Dann müsste ich aber als Nutzer die ganze Zeit immer wieder mal hingucken, ob denn dieser Prozess nicht jetzt mittlerweile fertig geworden ist. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass man so ein Monitoring machen muss, dass man ständig drauf gucken muss. Deswegen so eine Art Fortschrittsbalken, wie man ihn hier sieht, damit kann man einschätzen, wie lange es wohl noch dauern wird. Es soll also eine Abschätzung der Geschwindigkeit und Abschätzung der Restdauer möglich sein. Das ermöglicht es dem Nutzer, andere Dinge zu tun, entweder am Computer oder außerhalb des Computers. Also der Nutzer kann zum Beispiel sagen, ach, ich mache in einem anderen Programm irgendwie weiter oder ich mache irgendwie generell etwas parallel oder ich gehe eine Tasse Kaffee trinken. Halt nicht notwendig, das soll nicht notwendig sein, die ganze Zeit zu gucken, ob es fertig wird, sondern man hat Zeit für andere Sachen, die ressourcenfrei für andere Dinge. Damit das funktioniert, muss so eine Rückmeldung natürlich differenziert sein. Es reicht also nicht aus, einfach nur zu sagen, da passiert was. Sondern wir brauchen differenziertere Rückmeldungen. Wenn wir uns hier das Beispiel angucken, sehen wir, dass der Fortschrittsbalken da ist, der ja einen anteiligen Fortschritt anzeigt. Es ist aber auch zu sehen, wie viel schon kopiert wurde und wie lange es wohl noch dauern wird. Das ist eine sehr differenzierte Rückmeldung. Die gibt mir die Möglichkeit einzuschätzen, wie lange es noch dauert. Oder, wenn ich den Eindruck habe, es dauert zu lange oder es ist jetzt so nicht sinnvoll, das vielleicht auch abzubrechen. Darauf kommen wir gleich zurück. Ja, und am Ende ist es ganz gut, ein akustisches Signal zu bringen. Denn, ich habe ja gerade den Nutzer dazu gebracht, nicht die ganze Zeit hingucken zu müssen, dann kann es natürlich sein, dass der Nutzer das Ende gar nicht mitbekommt. Und dann macht es Sinn, das Ende explizit nochmal anzuzeigen. Also dem Nutzer am Ende nochmal ein Signal zu geben, dass das jetzt fertig ist. Zum Beispiel durch einen Sound. Der Nutzer wird hier in die Lage versetzt, einzuschätzen, wie lange es noch dauern wird. Zeiteinschätzungen sind immer so eine ganz schwierige Sache. Wir kennen das alle, dass manchmal Zeiten lange dauern, manchmal Zeiten schneller zu vergehen scheinen. Und was wir machen wollen, wenn wir dem Nutzer so eine Rückmeldung geben, ist eigentlich ihm immer eine kürzere Zeit zu vermitteln, als es tatsächlich ist, oder zumindest dem Nutzer nicht den Eindruck zu vermitteln, der jetzt hier ist. Nämlich, dass es eigentlich eine relativ kurze Zeit ist, die etwas dauert, der Nutzer aber den Eindruck hat, es dauert länger. Wodurch kann es passieren, dass es länger dauert? Und das sind manchmal sogar die differenzierten Anzeigen, die dafür sorgen, dass der Nutzer den Eindruck hat, dass es länger dauert. Das ist untersucht worden und der Herr Seeho hat unter anderem herausgefunden, wann kommt es einem besonders lange vor, wenn es große Mengenangaben gibt zum Beispiel. Was heißt das? Wenn da zum Beispiel steht, es sind noch 20.000 Elemente zu kopieren. Das scheint nicht so besonders motivierend zu sein, man hat dann den Eindruck, es dauert länger, als es eigentlich dauern müsste. Wenn natürlich gar keine Informationen über den erwartenden Zeitaufwand da sind, dann hat man auf jeden Fall diesen Eindruck, weil man dann ja die Notwendigkeit hat, dieses Monitoring zu betreiben, die ganze Zeit hinzugucken. Und dann gibt es diesen Effekt des kochenden Kessels, also ein Kessel, den ich beobachte, bis er kocht, der scheint nie zu kochen. Also man muss, weil man die ganze Zeit hingucken muss. Lange stehende Fortschrittsanzeigen, die aus irgendeinem Grunde irgendwo nicht weitergehen, sorgen auch dafür, dass man den Eindruck hat, es dauert besonders lange. Auch wenn sie hinterher Sprünge machen, dauert das lange Stehen an einer Stelle gefühlt lange. Da gibt es dann diese typische Technik, die vielleicht einige von euch schon mal verwendet haben, die Mauszeigertechnik. Man positioniert den Mauszeiger genau auf dem Ende des Fortschrittsbalkens, damit man auch sieht, ob der nicht vielleicht doch einen Pixel weitergeht. Das ist schon fast eine Zwangshandlung, wenn man sowas macht, um irgendwie die Rückmeldung zu kriegen. Es geht doch weiter, doch eine positive Rückmeldung an der Stelle zu bekommen. Restzeitangaben, die wieder größer werden, sind natürlich ein absolutes No-Go. Wenn sowas passiert, verliert man das Vertrauen in diese Anzeige und dann scheint einem alles besonders lange zu dauern. Wenn es am Ende langsamer ist als am Anfang, ist so ein Phänomen, wenn der Fortschrittsbalken am Ende zu schleichen scheint, am Anfang schnell vorangegangen ist, hat man so den Eindruck, es dauert länger. Und auch, wenn die Angabe der vergangenen Zeit da ist, vor allen Dingen, wenn diese Angabe lang ist, also wenn man zum Beispiel viele Objekte kopiert und das dauert schon ziemlich lange und man kriegt dann eine Anzeige, dass es schon eine halbe Stunde gedauert hat, dann hat man den Eindruck oder dann schätzt man die Restzeit länger ein, als sie dann tatsächlich ist. Das sollte man auch vermeiden. Man braucht eigentlich auch nie wirklich die Angabe, wie lange es schon gedauert hat, sondern wichtig ist eigentlich die Abschätzung, eine möglichst gute Abschätzung darüber, wie lange es wohl noch dauern wird. Wie komme ich jetzt damit hin, dass ich diesen Eindruck hier nicht habe? Jetzt mal von diesem abgesehen, es gibt noch ein paar Tricks, die man machen kann, die das Gegenteil hervorrufen. Und zwar gab es da so psychologische Tricks, die dafür sorgen, dass man den Eindruck hat, dass ein Fortschrittsbalken sich schnell bewegt. Und die möchte ich mal zeigen hier in einem Video. Und da geht es darum, wie der Balken selber eigentlich aussieht. Progress bars are typically used to monitor web downloads. These examples all take the same time to complete, but some of them seem to move faster than others. Here, pulses in the top bar become slower as it progresses. In the bottom bar, they become more frequent, which creates the illusion that it's moving faster. Other bars are filled with ripples, moving left or right. Tests have shown that ripples heading left make a progress bar appear to move faster. By using an effective illusion, it can seem like a file is downloading 11% quicker than it really is. Ja, diese 11% sind ja schon mal ein ganz ordentlicher Wert, bei dem man den Eindruck hat, es geht eigentlich schneller, als es tatsächlich ist. Und das ist einfach nur über einen optischen Trick gemacht worden, indem man diese Fortschrittsbalken pulsieren lässt und dieses Pulsieren schneller werden lässt. Dann hat man auch den Eindruck, irgendwie geht es schneller voran. Oder indem man etwas entgegen der Laufrichtung der Fortschrittsbalken laufen lässt, dann hat man auch den Eindruck, der Fortschritt selbst geht schneller voran. Andere Möglichkeiten gibt es noch, dass man die Fortschrittsbalken selbst nicht linear laufen lässt. Das kann man zum Beispiel machen, indem man hier so einen Fortschrittsbalken wählt, der nicht linear ist. Was hier angezeigt ist, diese Balken sind jeweils die Menge der schon verrichteten Arbeit. Das Bild ist etwas schwer zu verstehen. Ich erläutere es erstmal einmal und dann gucken wir uns mal zwei Beispiele da an in der Animation. Die machen das hoffentlich klarer. Der Effekt liegt daran, dass die Aufmerksamkeit nicht gleichmäßig verteilt ist. Die Aufmerksamkeit liegt vor allen Dingen auf dem Ende. Das ist auch irgendwie natürlich in der Sache, vor allen Dingen bei länger laufenden Fortschrittsbalken. Am Anfang ist ja genau das Ziel des Ganzen, dass man nicht die ganze Zeit hinten guckt. Und wenn es dem Ende mal entgegen geht, dann ist die Aufmerksamkeit natürlich wieder da. Und wenn es dann besonders langsam ist, dann hat man einen negativeren Eindruck. Was haben wir hier? Nehmen wir mal an, es sind 100 Elemente zu kopieren. Seien es mal Bilder oder Videos, eigentlich egal. Und wir haben eine Fortschrittsanzeige, die besteht aus 10 Elementen, 10 so Blöcken. Bei Windows XP war das ja so, da erschienen so einzelne Blöcke nacheinander. Wenn wir jetzt einen linearen Fortschrittsbalken haben, wie oben, den kann ich jetzt hier auch mal zeigen, dann erscheint alle 100 Elemente ein Element des Fortschrittsbalkens. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Der Fortschrittsbalken ist ganz linear. Man hat den Eindruck, das geht voran, aber irgendwie ist es doch einigermaßen behäbig. Nicht-Linearen ist es so, dass das erste Element erst nach 230 Bildern erscheint und für das letzte Element nur 30 Bilder zur Verfügung steht. Das heißt, am Ende wird es erheblich flotter. Am Anfang ist es natürlich viel langsamer. Das sieht dann so aus. Ja, und jetzt merken wir, uiuiui, jetzt kommen wir aber irgendwie, wird es am Ende schnell. Am Anfang ist es langsam, aber dieses langsamer am Anfang nimmt man gar nicht so richtig wahr. Man nimmt die Beschleunigung am Ende stärker wahr und hat dadurch den Eindruck, es kommt schneller zum Ende insgesamt. Wenn wir uns diese beiden Animationen mal gleichzeitig laufen lassen, dann sehen wir eigentlich, dass die zweite die ganze Zeit einen niedrigeren Stand anzeigt als die erste. Erst ganz am Ende, logischerweise, kommt man am Ende an. Es braucht ja immer gleich lang. Es ändert sich ja nichts daran, wie lange es tatsächlich braucht. Dennoch hat man bei dieser nicht-linearen Fortschrittsanzeige den Eindruck eines schneller voranschreitenden Prozesses. Jetzt kann man sich überlegen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Zum einen haben wir ja über Wertleitung gesprochen und wollen ja eigentlich den Nutzer nicht in die Irre führen. Und zum anderen soll das Ganze ja auch dem dienen, dass ich einschätzen kann, wie lange es dauert. Ich will ja eben dem Nutzer ermöglichen, was anderes zu tun. Das muss man jetzt für sich selbst abwägen. Ich würde dazu sagen, das ist relativ unproblematisch, weil es keine Fehlhandlungen nahelegt zum einen und vor allen Dingen, weil es sich vor allen Dingen auf das Ende des Prozesses bezieht. Das heißt, gerade dann, wenn man die Aufmerksamkeit sowieso schon wieder auf diese Fortschrittsanzeige richtet, dann wird einem so ein bisschen ein schnellerer Fortschritt hergetrickst. Und ich glaube, das ist durchaus legitim, sowas zu machen. Die Nutzer fühlen sich dann besser. Gut, diese Art, dieses fortschreitende Anzeigen des Fortschritts, also fortlaufende Rückmeldung, fortstreitende Rückmeldung, ist wichtig, um entscheiden zu können, was man macht. Einige dieser Techniken, also dieser, naja, Dinge, die man, nicht Techniken, dieser Dinge, die man sonst so tun kann, habe ich schon angesprochen. Man kann zum Beispiel einen Kaffee trinken gehen, man kann irgendwie ganz was anderes machen mit dem Computer. Manchmal möchte man aber ja vielleicht auch, sagen wir mal, den Fortgang des Programmes selber daraufhin ändern. Zum Beispiel stellt man fest, ich kopiere hier Daten und ich stelle fest, das dauert 20 Stunden. Die habe ich aber jetzt nicht. Also ich kann den Rechner auch nicht 20 Stunden laufen lassen, das funktioniert gar nicht. Ich muss irgendwas tun, ich muss das abbrechen können. Dafür brauche ich natürlich überhaupt erstmal so eine Anzeige. Wenn da nur steht Working, dann hilft mir das nicht. Ich brauche eine Anzeige, die mir das ermöglicht. Und genau um diese Anzeigen ging es jetzt hier gerade. Und was ich dann machen kann ist, oder was ich machen muss, ist, ich muss die Möglichkeit haben, dann diesen Fortschritt auch zu beeinflussen. Insofern, dass ich den Prozess, der da abläuft, beeinflussen kann. Das heißt, ich kann ihn irgendwie vielleicht abbrechen oder unterbrechen oder vielleicht parallel noch was anderes tun. Und all diese Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise es sollte sie geben. Manchmal gibt es sie nicht. Wenn wir uns dieses Beispiel hier anschauen, da sehen wir das Programm Keynote von Apple. Das ist das PowerPoint Pendant von Apple. Und was ich hier gemacht habe, ist, ich habe versucht, Folien von dem rechten Fenster in das linke Fenster zu kopieren und habe nicht bedacht, dass das Ganze auf einem Netzlaufwerk liegt, also die Verbindung langsam ist und dass in den Folien haufenweise Videos drin sind. Und diese Videos haben dafür gesorgt, dass das sehr lange dauerte. Was kriegte ich? Ich kriegte eine Fortschrittsanzeige dieser Art, die mir immerhin anzeigte, kopieren. Also was passiert? Und sie zeigte mir auch, wie gesagt, den Fortschritt nicht besonders differenziert an, nur der Fortschrittsbalken, aber es gibt keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und die hätte ich bitter gebraucht. Das dauerte nämlich ewig. Der Fortschrittsbalken blieb in der Mitte sogar hängen. Ich war frustriert. Ich musste dieses Programm abschießen. Ich musste den Taskmanager aufmachen, musste das Programm abschießen. Das war die einzige Möglichkeit, diesen Prozess abzubrechen. Dabei habe ich natürlich auch alle Änderungen verloren, die ich vorher schon gemacht habe. Blöd, sowas sollte einem nicht passieren. Man sollte wissen, man muss immer zwischendurch speichern. Aber das ist ja nicht das Ergonomische. Es ging ja nicht darum, mich zu erziehen, sondern dieses Programm hätte eine Möglichkeit gebraucht, oder braucht eine Möglichkeit, so einen Vorgang auch abzubrechen. Abbrechbarkeit als Form der Beeinflussbarkeit ist die wirklich basalste Möglichkeit, die es immer geben muss. Es kann ja passieren, dass ich so einen Prozess versehentlich initiiert habe. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ihr nehmt so einen Explorer her und markiert dort im Explorer Dateien und drückt dann versehentlich auf Enter. Dann werden auf einmal ein paar hundert Dateien vielleicht gleichzeitig geöffnet. Das muss abbrechbar sein. Das ist es meistens nicht. Da hat man ein großes Problem. Dann fängt der Rechner an und man kann eigentlich nur warten, bis er fertig ist. Oder man muss irgendwelche ganz drastischen Mittel ergreifen. Oder aber, ich habe es mir anders überlegt, oder aber, wie ich eben schon mal dazu sage, ich habe die Zeit jetzt schlicht nicht. Ich muss also abbrechen können. Und das Abbrechen ist das Wichtigste. Fast jede Prozessrückmeldung braucht ein Abbrechen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass dieser Knopf Abbrechen auch Abbrechen heißen muss. Denkt daran zurück, wir sollten keine generischen Buttons verwenden. Das heißt, man sollte eigentlich immer draufschreiben, was dort abgebrochen wird. Es gibt schlimmere Orte für generische Buttons. Das muss man sagen. Nämlich dadurch, dass dieser Abbrechen-Button in dieser Fortschrittsanzeige untergebracht ist, ist relativ klar, was abgebrochen wird. Trotzdem ist es immer besser, auf dem Button draufzuschreiben, was abgebrochen wird. Schaden wird es auf keinen Fall. Wichtig beim Abbrechen. Wenn man abbricht, muss man über die Konsequenzen informieren. Die können ja unterschiedlich sein. Manchmal ist es vielleicht einfach so, dass man dann sagt, naja, dann muss man es halt später nochmal machen. Man kann aber auch in undifferenzierte Zustände kommen, wenn man etwas abbricht. Zum Beispiel, wenn man während eines Formatierens einer Festplatte abbricht. Das ist keine besonders gute Idee. Generell sollte man das so gestalten, dass der Zustand vor dem Prozess wiederhergestellt wird. Wenn man auf Abbrechen drückt. Meistens geht das auch. Geht aber nicht immer. Gerade das Beispiel mit der Festplatte ist dann wieder so eins. Wie soll man da denn den Zustand von vorher wiederherstellen? Dann müsste man ja den ganzen Inhalt der Festplatte vorher irgendwo hinkopiert haben, damit man ihn hinterher wiederherstellen kann. Nicht nur, dass das unpraktisch ist, weil man dann ja noch eine zweite Platte bräuchte. Es würde ja auch wieder sehr lange dauern, vor allen Dingen. Also das geht ja nicht. Also es gibt manchmal Ausnahmen, wo man nicht abbrechen kann. Zum Beispiel hier auch so eine Betriebssysteminstallation. Die kann man in der Regel nicht abbrechen. Wenn man sowas aber hat, dann muss man, und das ist wirklich besonders wichtig, vorher darauf hinweisen, dass die Aktion nicht abbrechbar sein wird, die man als nächstes tut. Auf gar keinen Fall sollte man nicht abbrechbare Operationen automatisch starten. Windows-Updates sind da ein Beispiel, was schon eine negative Publicity-Regelrecht hat, dass man Windows-Updates manchmal versehentlich startet oder sie von selber starten, und man kann sie dann nicht abbrechen. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Diese typische Meldung schalten Sie Ihren Computer jetzt nicht aus. Das hat schon zu ganz blöden und peinlichen und vielleicht sogar potenziell teuren Problemen geführt, wie zum Beispiel diesem hier, der der Paderborner Basketballmannschaft Finke-Baskets passiert ist. Mittlerweile heißen die nicht mehr Finke-Baskets, sie heißen jetzt Uni-Baskets-Paderborn, damals Finke-Baskets. Die haben gespielt gegen die Niners Chemnitz, und das Spiel konnte erst 25 Minuten zu spät angepfiffen werden. Wie kommt das? Wie kam das dazu? Es gab einen Laptop, und der Laptop steuert die Anzeigetafel dort in der Halle, wo die Finke-Baskets ihre Spiele machen. Und irgendwie ist es gekommen, dass, sei es darum, dass jemand unbeabsichtigt das gedrückt hat oder nicht aufgepasst hat oder dass das von selbst losgelaufen ist, jedenfalls meinte dieses Laptop, jetzt Updates installieren zu müssen. Und es konnte sich nicht schnell genug ein Ersatzlaptop finden, wo dann auch entsprechend die Software drauf lief, dass man diese Anzeigetafel hätte bedienen können. Also musste man warten, bis die Updates zu spät gewesen sind. Äh, nicht zu spät, bis die Updates fertig geworden sind, natürlich. Das Problem bei der ganzen Sache, Paderborn war ziemlich notleidend in der Liga. Es ging also darum, ob man noch in der Liga bleibt oder nicht. Paderborn hat gewonnen, 69 zu 62, aber Chemnitz hat dann Protest eingelegt und hat gesagt, naja, das Spiel ist doch ungültig, so geht das doch nicht. Das widerspricht doch den Regeln, 25 Minuten zu spät zu Beginn. Am grünen Tisch hat Chemnitz dann Recht bekommen. Das heißt, es wurde hinterher gesagt, Chemnitz hat dieses Spiel gewonnen. Das alleine wäre für Paderborn noch nicht so tragisch gewesen, aber es wurde auch noch beschlossen, dass es eine Punktstrafe gibt gegen Paderborn. Und die hätte dann bedeutet, dass Paderborn aus der Bundesliga absteigt. Im Nachhinein ist es so gekommen, dass diese Punktstrafe wieder zurückgenommen wurde. Paderborn ist also nicht abgestiegen. Dennoch ist es natürlich eine zu einen peinliche Sache und zum anderen auch folgenreiche Angelegenheit, dass hier ein Update, ein nicht abbrechbarer Prozess an einem Computer, automatisch losgelaufen ist, der verhindert hat, dass man auch andere Sachen mit dem Computer machen kann. Ganz großes Problem. Abbrechen kann man natürlich eigentlich nur Prozesse, die gerade laufen. Aber manchmal ist ein Prozess schon durchgelaufen und man stellt dann fest, dass man ihn eigentlich nicht gewollt hat. Man hat ihn versehentlich gemacht oder man hat die Folgen falsch eingeschätzt. Deswegen kann man die Abbrechbarkeit auch auf schon abgelaufene Prozesse, schon durchgelaufene Sachen beziehen. Dann wird aus der Abbrechbarkeit die Forderung nach einer Undo-Möglichkeit. Also ich breche ab und wenn ich abbreche, wird der vorherige Zustand wiederhergestellt. Undo. So kann man das nennen. Undo ist eine wichtige Technik, die es erlaubt, ein System zu explorieren. Ich kann mit Trial und Error an dem System agieren und kann dann feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert und muss nicht immer Angst vor den Konsequenzen haben, muss nicht immer Angst haben, dass ich irgendwie das alles kaputt kriege. Ich muss also Undo ermöglichen und dann auch entsprechendes Redo, damit ich in beide Richtungen gehen kann. Das einfachste Undo ist ein Undo, wo immer nur ein Schritt rückgängig gemacht werden kann. Und wenn ich dann Undo mache, wird schon das Undo das Undo gemacht. Das heißt, ich laufe dann immer zwischen zwei Zuständen hin und her. Das ist meistens nicht besonders gut. Man sollte eigentlich ein Undo implementieren, wo man mehrere Schritte zurück und auch mehrere Schritte vorwärts gehen kann. Auch hier eigentlich das gleiche Problem. Es gibt natürlich Situationen, in denen ein Undo nicht möglich ist. Und genauso wie eben bei der Abbrechbarkeit von langlaufenden Prozessen vorher darauf hingewiesen werden sollte, dass die nicht abbrechbar sind, sollte man auch auf nicht rückgängig machbare Prozesse hinweisen. Das Undo der Formatierung einer Festplatte ist hier mal wieder das Beispiel. Natürlich geht das nicht. Und es gibt noch andere Prozesse oder andere Bereiche, in denen ein Undo sehr schwierig ist. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel über ein Netzwerk mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeitet. Stellen wir uns mal vor, wir bearbeiten gleichzeitig eine Textdatei. Solche Editoren gibt es ja, wo mehrere Leute gleichzeitig daran arbeiten können an einer Textdatei. Unter anderem auch die Office-Produkte von Apple oder von Microsoft erlauben sowas. Oder Google Docs, alles Mögliche. Wie sieht dann ein Undo aus? Ein kollaboratives Undo ist richtig kompliziert. Das muss man sich mal überlegen. Was macht man denn eigentlich rückgängig? Alles, was passiert ist, das, was gerade als letztes passiert ist oder was man selber als letztes gemacht hat. In solchen Situationen kann man es verstehen, wenn ein Entwickler sagt, Undo, naja, erstmal nicht. Aber auch dann sollte man den Nutzer darauf hinweisen, dass das nicht möglich ist. Interessanter als Abbrechen, spannender irgendwie und auch mehr, naja, mehr Nutzungsszenarien ermöglichend, ist die Unterbrechbarkeit. Also, dass ich einen Prozess nicht abbreche, sondern unterbreche, um ihn hinterher fortzusetzen. Nehmen wir hier wieder dieses Beispiel, Medienarchiv wird kopiert. Was steht da? 30% kopiert, noch circa vier Stunden. Und wenn ich jetzt feststelle, ui, vier Stunden kann ich nicht warten. Ich muss ja in einer Stunde eine Vorlesung halten. Oder jetzt die Vorlesung halten. Es wäre aber schon schade, wenn ich die 30% schon kopierte Daten jetzt wieder verlieren würde oder hinterher händisch synchronisieren müsste, weil Teile schon da sind und andere Teile nicht da sind. Also, Abbrechen ist keine gute Idee. Dann ist ein Unterbrechen, eine Unterbrechungsmöglichkeit, eine schöne Alternative, die ich gerne hätte, die mir als Nutzer sehr zu Pass kommt. Sollte also die Unterbrechbarkeit von langlaufenden Prozessen möglichst vorsehen, wenn das möglich ist. Meistens sollte das aber möglich sein. Problematisch ist dabei aber, dass das natürlich Folgen hat, wenn ich unterbrechen kann. Also, ich unterbreche jetzt das Kopieren, nehmen wir das mal an. Dann brauche ich irgendeine GUI, irgendeine Verwaltung, irgendein Programm, also irgendwas im Explorer oder im Finder oder was weiß ich, was es für ein Programm ist, muss mir diese Prozesse hinterher wieder zugänglich machen. Ich muss ja zum Beispiel darauf hingewiesen werden, dass da noch ein Kopierprozess nicht abgeschlossen ist. Und wenn, dann muss ich ihn aufrufen können und muss ihn dann fortsetzen können. Das heißt, es ist auf jeden Fall zusätzliches User Interface nötig. Es muss gegebenenfalls auf die Konsequenzen der Unterbrechung hingewiesen werden. Es kann ja gut sein, wenn ich das Medienarchiv kopiere, dass ich zum Beispiel dann, wenn ich das jetzt unterbreche, solange es noch nicht fertig kopiert ist, mit der Medienverwaltung nicht richtig arbeiten kann. Auf solche Hinweise muss natürlich hingewiesen werden, auf solche Umstände muss hingewiesen werden. Und, und das ist wirklich eine blöde Sache, gerade bei Unterbrechbarkeit, nehmen wir wieder das Beispiel, ich nehme das Medienarchiv, kopiere das Medienarchiv, breche nach 30% ab, nein, unterbreche nach 30% und möchte das hinterher fortsetzen. Zwischenzeitlich hat aber jemand die Dateien geändert, die ich da kopieren möchte. Dann habe ich wirklich ein Problem, dann muss ich irgendwie mit dieser, naja, Inkonsistenz klarkommen. Also ich könnte dann anbieten, dass man es doch abbricht, im Nachhinein noch abbricht, oder irgendwie fehlertolerant damit umgehen, es hängt stark von der Anwendung ab, was man dann machen kann. Man muss diese Sachen aber auf jeden Fall bedenken, darf das nicht einfach außer Acht lassen, dass das passieren kann. Unterbrechen sollte man nicht, natürlich nicht nur langlaufende Prozesse, oder unterbrechen können sollte man nicht nur langlaufende Prozesse, sondern auch langlaufende Bearbeitungsschritte. Ein typisches Beispiel ist das der nicht möglichen Speicherung inkonsistenter Zustände. Wir nehmen mal als Beispiel unsere Steuererklärung oder eine Steuererklärung. Ihr macht vielleicht keine, ich mache oft eine, jedes Jahr eigentlich. Und die Steuererklärung, das kann ich ja digital ausführen. Jetzt nehmen wir mal an, dass diese Software so gestaltet wäre, dass ich nur Steuererklärungen abspeichern kann, die in sich konsistent sind. Dann hätte ich ein ganz großes Problem. Zum einen könnte ich keine Pausensicherung machen. Das heißt, ich müsste mit diesem Programm diese Steuererklärung zum Ende machen, bis ich damit fertig bin. Ich könnte nicht pausieren und irgendwann später fortsetzen. Außer das Programm laufen lassen. Das könnte ich vielleicht schon, aber ich könnte das Programm nicht beenden oder sonst wie. Ich könnte also nicht zwischendurch andere Steuererklärungen machen oder sowas. Schon mal sehr ärgerlich. Ich habe auch das Problem, dass ich keine Gedächtnisentlastungsmöglichkeit habe. Ich kann also nicht zum Beispiel in ein Feld wie Straße, die ist jetzt hier angegeben, oder in sonst irgendein Feld irgendwas eintragen. Wie fehlt noch oder sowas? Also eine Gedächtnisstütze, dass ich da mir irgendwas noch angucken müsste. Das würde ja nicht funktionieren. Das wären ja inkonsistente Daten. Die würden dafür sorgen, dass ich dieses nicht abspeichern kann. Das ist auch sehr ärgerlich. Was ist die Folge von so einem Programm, was mir nur konsistente Speicherung ermöglicht? Es wird irgendwelcher Unsinn eingetragen. Ich muss, damit ich es abspeichern kann und hinterher fortsetzen kann, irgendwelchen Blödsinn dort eintragen, der den formalen Kriterien genügt. Dann muss ich mir das irgendwo merken, am besten noch einen Zettel aufschreiben, dass ich irgendwie diese Steuererklärung mir nochmal angucken kann. Sonst habe ich entsprechend das Problem und gebe das auch noch so ab als Steuererklärung. Oder, wie es hier angegeben ist, speichere solch einen Unsinn in der Datenbank. Das Problem, Grundproblem, was hier zugrunde liegt, ist, ich will am Ende konsistente Daten haben. Nur, dass ich am Ende konsistente Daten habe, heißt ja nicht unbedingt, dass ich auf dem ganzen Prozess dorthin immer konsistente Daten gehabt haben muss. Das nennt man Produkt-Prozess-Komplementarität. Darüber könnte man sich lange unterhalten, will ich an dieser Stelle nicht machen. Man kann sich einfach mal überlegen, die Zwischenzustände und der Endzustand haben nicht unbedingt die gleichen Eigenschaften. Das ist eigentlich das, was dahinter steht. Was heißt das jetzt? Ich muss also auch hier für Unterbrechbarkeit sorgen, Unterbrechbarkeit eines langlaufenden Prozesses oder einer langlaufenden Bearbeitung in diesem Fall. Das heißt, ich muss das abspeichern können, auch wenn es noch nicht fertig ist. Und ich habe eigentlich die gleichen Folgen wie eben. Ich brauche eine GUI, die mir dafür Sorge trägt, dass ich diesen Prozess, diesen Bearbeitungsprozess wieder zurückholen kann. Also ich muss irgendwo abgespeichert haben, es muss irgendwo dargestellt werden. Das sind inkonsistente Daten. Das muss ich zurückholen können. Das gleiche Problem wie vorher bei der Unterbrechbarkeit von langlaufenden Prozessen. Letzter Punkt der Beeinflussbarkeit ist ein etwas indirekterer, nämlich die der Nebenläufigkeit. Gut wäre es oder gut ist es oft, wenn ich bei einem langlaufenden Prozess in einem Programm dieses Programm deswegen nicht vollständig blockiere. Beim Explorer oder beim Finder, beim Mac ist es zum Beispiel so, dass ich Dateien kopieren kann und trotzdem mit diesem Explorer oder Finder weiterarbeiten kann. Ein übliches, klassisches Beispiel ist ein Druckerspooler. Das heißt, ich kann aus Word drucken und muss nicht in Word warten, bis das Drucken fertig ist. Sondern es wird eine Nebenläufigkeit erzeugt, in diesem Falle über eine Einrichtung des Betriebssystems, die es ermöglicht, dass das Drucken abgekoppelt wird von dem eigentlichen Programm, mit dem gedruckt wurde. Und Ähnliches geht natürlich auch bei anderen Operationen, zum Beispiel bei Exportprozessen, Kopierprozessen etc. Viele langlaufende Prozesse kann man auch nebenläufig organisieren. Probleme dabei, ich muss wieder ein grafisches User-Interface bereitstellen, was mir diese Prozesse zugänglich macht. Ich muss diese Prozesse ja trotzdem abbrechen oder unterbrechen können. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Prozess-GUI. Diese Prozesse laufen ab und im Zweifelsfall kriege ich nicht mit, dass sie fertig sind. Ich brauche also irgendwo eine Methode, wo ich Attentionalität erzeugen kann, dass ich irgendwann sehe, dass es fertig ist. Sei es, dass eine Meldung erscheint oder irgendein Sound erscheint. Irgendwie sowas. Auch ein Teil dieser Prozess-GUI, wenn man so möchte. Was aber vor allen Dingen ein Problem ist, ist etwas ähnlich wie bei der Nebenläufigkeit, wie bei der Unterbrechbarkeit. Nebenläufige Prozesse können sich natürlich untereinander stören. Und dann kann es zu Eigenartigkeiten kommen. Da muss ich also in der Anwendungsprogrammierung drüber nachdenken. Ein Negativbeispiel ist das Programm Lightroom. Unten mal gezeigt. So positiv ist, ich sehe dort eine so eine Prozess-GUI. Da laufen Sachen parallel. Ich kann mit Lightroom arbeiten. Währenddessen werden aber hier Dateien exportiert, 81 Stück. Und ja, ich sehe eine Fortschrittsanzeige und kann auch diesen Prozess abbrechen. So weit, so gut. Gut, aber wenn ich die Grundlage dieses Prozesses während des laufenden Prozesses ändere und das kann schnell passieren, dann habe ich in Lightroom ein Problem. Mir passiert das oft. Ich bearbeite Bilder, exportiere diese Bilder. Und während sie exportieren, nehme ich mir vor, ich könnte aufräumen. Ich könnte zum Beispiel Ordner umbenennen. Dann kann es natürlich passieren, dass ich den Ordner umbenenne, aus dem die Bilder gerade exportiert werden. Und dann kriegt Lightroom das irgendwie in den falschen Hals und bricht mit einer unverständlichen Fehlermeldung ab, nämlich mit der Fehlermeldung, die Originale wurden nicht gefunden. Was faktisch nicht stimmt, weil die Originale sind immer noch in der Verwaltung von Lightroom. Das heißt, hier wurde zwar Nebenläufigkeit ermöglicht, aber nicht besonders gut umgesetzt. Darauf muss man auf jeden Fall achten, wenn man Nebenläufigkeit anbietet, dass dieses Problem entstehen kann und muss damit zurechtkommen. Wir kommen zu einem anderen Thema, was aber nicht gänzlich unabhängig davon ist, dem Thema Kontinuität. Bei Kontinuität geht es darum, dass wir uns in einer Welt befinden, die relativ stabil ist. Wenn wir zurückdenken daran, wie unser menschliches Wahrnehmungssystem eingerichtet ist, dann haben wir da gelernt, es ist so eingerichtet, dass es zu unserer normalen Umwelt passt. Und wir sind in einer Umwelt üblicherweise, in der sich die Dinge relativ stabil verhalten. Wenn ich mich im Raum umgucke und drehe mich um und drehe mich wieder zurück, dann kann ich üblicherweise davon ausgehen, dass nicht beliebig die Objekte ihren Zustand verändert haben oder ihre Positionen verändert haben. Das ist diese Stabilität. Wenn Objekte sich unbeständig verändern, ihre Positionen verändern, ihre Eigenschaften verändern, dann tun sie das in der Regel nicht schlagartig, sondern kontinuierlich. Das heißt, irgendwas ist nicht schlagartig an einem anderen Ort, sondern es bewegt sich an einem anderen Ort. Und diese Kontinuität, die sollte ich auch im User-Interface bereitstellen. Diese fortlaufende Rückmeldung, die wir vorhin hatten, ist auch so etwas, wo man sagen würde, Kontinuität, oder die man der Kontinuität auch zuschlagen könnte. Wenn man schlagartig immer vom Zustand nicht fertig in den Zustand fertig übergeht, ist das schwierig nachzuvollziehen. Hingegen ist so eine vollschreitende Anzeige viel kontinuierlicher. Es geht bei der Kontinuität jetzt aber nicht um Fortschrittsanzeigen, sondern eigentlich um das Objektarrangement am Bildschirm selber. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an. Wir sehen hier rechts die Systemeinstellung von Mac und da ist eine sehr interessante Lösung gefunden worden, wie man dort suchen kann. Wenn man dort nach einem bestimmten Element sucht, dann werden nicht etwa die Elemente alle ausgeblendet und nur das gefundene Element eingeblendet, sondern, wie es hier schon so angedeutet wird, und wir sehen es gleich noch im Video, die Objekte, die Elemente, die zur Suche passen, die Suchergebnisse sind, werden gehighlighted, während andere ausgegraut werden. Aber dieses ganze Objektarrangement, was wir da sehen, das bleibt stabil, das ändert sich nicht. Gucken wir uns mal das Video an. Wir fangen an zu suchen und ihr seht jetzt, dass da solche Highlights kamen. Jetzt habe ich auf Maus gezeigt und Maus findet sich sogar explizit als Ergebnis, deswegen ist das am stärksten gehighlighted. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die auch was mit Maus zu tun haben und auch die sind gehighlighted, während das andere ausgegraut ist. Ausgegraut bedeutet, das eigentliche Arrangement ändert sich hier nicht. Es ist stabil. Wir sind in einer stabilen Umwelt. Was Ähnliches gibt es, wenn wir Formulare zum Beispiel gestalten und bestimmte Operationen sind nicht verfügbar oder nicht mehr verfügbar, dann erzeugt man auch eine stabile Umwelt, indem man nicht etwa das Arrangement der Objekte in diesem Formular ständig ändert, sondern es im Prinzip so lässt, wie es ist und die Elemente, die nicht verfügbar sind, ausgrauen lässt. Generell kann man sagen, wenn man Änderungen vornimmt, ist ausgrauen, hereinbewegen oder hinausbewegen immer eine bessere Lösung als ein plötzliches Erscheinen oder Verschwinden. Plötzliches Erscheinen oder Verschwinden ist etwas, wofür wir überhaupt nicht gut geeignet sind als Menschen. Und deswegen sind Übergänge, die nicht schlagartig passieren, sondern kontinuierlich passieren, immer besser. Und ein Mittel dafür ist natürlich die Animation. Animation ist etwas, vor ein paar Jahren war es immer noch sehr beliebt, gerade unter Informatikern, als erstes beim Betriebssystem alle Animationseffekte auszuschalten. Mittlerweile ist es so, dass das gar nicht mehr geht, aber das Verlangen danach, das auszuschalten, ist auch geringer geworden. Weil zum einen natürlich die Leistungsfähigkeit der Rechner hoch ist und man nicht etwa ein viel leistungsfähigeres System dadurch hinkriegt, dass man eine Animation ausschaltet. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist auch die Sinnhaftigkeit der Animationen durchaus mittlerweile vielen bewusst. Wenn man zum Beispiel am Mac ein Fenster verkleinert, dann gibt es so einen Trichtereffekt. Das zieht sich so zusammen, das Fenster, und läuft dann unten in das Dock an eine entsprechende Stelle in ein Icon hinein. Jetzt kann man sagen, mein Gott, der Effekt ist irgendwie überkandidelt. Das stimmt auch, ist auch überkandidelt. Aber es gibt diesen Effekt, ja auch bei Windows zum Beispiel, auch da gibt es so einen, zwar viel leichter angedeuteten, aber doch vorhandenen Zusammenklapp-Effekt, dass so ein Fenster unten in die Taskleiste hinein verschwindet. Und das ist sehr sinnvoll, so einen Effekt zu haben, so eine Animation zu haben, die sich so zusammenzieht, die das da unten reinstecken. Das heißt, ein Fenster, was verkleinert wird, verschwindet nicht einfach, sondern man sieht, wo es hinkommt. Man kann diesem Element mit den Augen folgen, man hat eine kontinuierliche Bewegung, der man folgen kann. So etwas sollte man immer, wenn es möglich ist, herstellen. Immer eine Animation, nie einen schlagartigen Übergang schaffen. Wir haben hier mal ein schönes Beispiel, wo wir einige der Kriterien dran sehen, unter anderem auch diese Kontinuierlichkeit, von der ich gerade gesprochen habe. Was ist das für ein Beispiel? Hier ist eine Liste auf der linken Seite und diese Elemente dieser Liste, die sollen umsortiert werden. Das Element Navigation soll weiter nach oben kommen. Rechts ist ein Mauszeiger und ich simuliere mal, wie man hiermit umgehen könnte. Der Mauszeiger wandert hier rüber. Jetzt wird gleich geklickt. Geklickt wurde. Das Element wird gehighlighted. Dieses Highlighting, da haben wir viele Sachen zugelernt im Bereich Auszeichnung, also wie man mit Farbe umgeht, Plastizität, genau diese Sachen alle. Es kommt optisch nach vorne. Der ist heller geworden, es ist optisch weiter vorne. Wenn ich jetzt dieses Element mit der Maus ziehe, dann hat man jetzt gesehen, ich habe erstmal das Element die ganze Zeit am Mauszeiger kleben. Das heißt, ich habe eine lokale Rückmeldung. Unmittelbar ist die Rückmeldung sowieso. Wenn sie nicht unmittelbar wäre, dann wird das hinterherhaken. Das könnte man ganz schwer nur ertragen. Also eine unmittelbare und lokale Rückmeldung. Und was ich sehe, ist kontinuierlich, und das sehen wir jetzt nochmal, wenn ich das noch weiter nach oben bewege, was mit dem Wort Rückmeldungen passiert. Das ist runtergewandert, aber nicht schlagartig nach unten gekommen, sondern man hat gesehen, dass es runtergewandert ist. Und dieses allmähliche, dieser kontinuierliche Übergang erlaubt es mir, besser zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Das Gleiche ist, wenn ich das Objekt jetzt hier loslasse, dann ist es nicht etwa schlagartig an irgendeiner Stelle, sondern es wandert auch so darüber, wandert an dieser Stelle. Wieder eine kontinuierliche Bewegung, die man nachvollziehen kann, die man als Mensch vernünftig nachvollziehen kann, weil unser Wahrnehmungssystem gerade für solche Arten von Übergängen gut geeignet ist. Ja, jetzt habe ich gesagt, für solche Übergänge ist der Mensch gut geeignet. Und manchmal haben wir aber ein Problem, dass genau das Gegenteil passiert am Bildschirm. Und manchmal sind wir auch in der blöden Situation, dass es gar nicht anders geht. Was kann zum Beispiel passieren? Vergleichen wir es mal mit einem Schreibtisch. Oder ja, wir vergleichen es mit einem Schreibtisch, um einen bestimmten Unterschied darzustellen zwischen Objektarrangements in der normalen Umwelt und Objektarrangements am Bildschirm. Wenn wir einen Schreibtisch haben, dann ist dieser Schreibtisch in der Regel relativ groß. Und wir kriegen es hin, auf dem Schreibtisch viele Objekte zu arrangieren, die dann gleichzeitig im Wahrnehmungsfeld sind. Und ich mache das üblicherweise vielleicht nicht bewusst, aber ich mache es doch so, dass die Elemente, die ich zu meiner Arbeit brauche, auch verfügbar sind. Dadurch, dass sie alle gleichzeitig sichtbar sind, habe ich ein hohes Maß an Orientierung und muss nicht ständig irgendwie die Sachen suchen. Ich finde sie schon. Ich habe sie irgendwie im Blickfeld. Selbst wenn ich mal dazu kommen sollte, dass ich etwas übereinander lege, zum Beispiel jemand bringt mir etwas Neues herein, hier diesen Text, guckt ihr den doch mal an und legt mir den irgendwie auf den Tisch. Dann ist dieser Text nicht so groß, dass er den ganzen Tisch verdecken würde, sondern ich habe immer noch den Überblick über diese ganzen übrigen Elemente am Bildschirm. Äh, nicht am Bildschirm, am Schreibtisch. Wenn ich das gleiche am Bildschirm versuche, habe ich das Problem, dass der Bildschirmplatz extrem viel kleiner ist, als so ein Büro-Schreibtischplatz. Ich mal überlege, wie viele DIN A4-Blätter man so gleichzeitig sehen kann auf so einem Büro-Schreibtisch und dann auch noch stapeln kann, etc. und ich vergleiche das mal mit einem Laptop-Bildschirm. Da kann ich vielleicht ein oder zwei DIN A4-Seiten gleichzeitig sehen. Ich habe also gar nicht die gleiche Möglichkeit, mir so ein dynamisches Objektarrangement einzurichten. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ich habe viel öfter einen Kontextwechsel. Ich muss viel öfter sagen, ich überlagere alles, was ich bisher gesehen habe, mit dem, was jetzt neu dazukommt. Ich habe also quasi einen Wechsel von einer Bildschirmmaske in eine andere Bildschirmmaske und die erste Bildschirmmaske sehe ich gar nicht mehr. Warum ist das ein Problem? Also zum einen, was ich gerade gesagt habe, das Objektarrangement ändert sich plötzlich. Eine Situation, mit der wir als Mensch nicht gut zurechtkommen. Es kann also zu einem Orientierungsverlust kommen. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass ich mich auf das, was ich nicht mehr sehe, auch nicht mehr beziehen kann. Das heißt, ich kann, wenn es auf irgendeiner Bildschirmmaske eine bestimmte Sache stand, irgendwas Wichtiges stand, und dann kriege ich eine zweite, eine zweite Bildschirmseite und sehe nur noch diese Seite, kann ich mich ja auf das Vorherige nicht mehr beziehen. Ich muss es mir also irgendwie merken oder es nochmal eintippen. Das ist ein großes Problem, das Vorherige nicht mehr zu sehen. Man nennt das Preemption-Dilemma, was wir hier haben. Wie kann ich das lösen? Eigentlich gar nicht. Ich kann es nicht lösen, weil der Computer nun mal so ist. Der Bildschirmplatz ist klein. Ich muss mich mit diesem kleinen Bildschirmplatz irgendwie arrangieren. Ich kann nur in ganz geringen Bereichen Lösungen finden. Diese Bereiche möchte ich euch aber hier an dieser Stelle erzählen, weil sie wirklich sehr wichtig sind und in der Gestaltung eine sehr große Rolle einnehmen. Ich kann zum Beispiel Überlagerungen machen, die nicht so sind, dass ich nichts mehr sehe, dass ich nichts mehr von dem sehe, was vorher da war. Ich kann den Bildschirm natürlich versuchen aufzuteilen. Entweder mache ich das durch den Programm selber, dass ich da schon Aufteilungen einprogrammiere oder ich biete mehrere Fenster an. Wenn ich mehrere Fenster anbiete, kann der Nutzer letztendlich selber sich seine Aufteilung machen. Das ist ein bisschen ähnlich wie am Schreibtisch. So eingeschränkt es am Bildschirm auch ist, aber der Nutzer kann dann sein eigenes Arrangement finden und kann die Elemente, die er gleichzeitig sehen und zugreifen, auf die er gleichzeitig zugreifen muss, gleichzeitig im Blickfeld haben. Eine Technik, die wir hier nicht ansprechen möchten, die ich nur der Vollständigkeit halber noch aufgeschrieben habe, sind die Distributed User Interfaces. Das bedeutet, ich habe ein User Interface, was nicht nur auf einem Gerät ist. Ich habe zum Beispiel ein Desktop oder irgendeine Verwaltung am Laptop, aber das Objekt, was ich anzeigen möchte, nehmen wir mal an zum Beispiel den Text, wird nicht auf diesem Laptop angezeigt, sondern wird auf einem zusätzlichen Tablet angezeigt. Damit habe ich dann, sagen wir mal, nutze ich quasi den Platz außen noch mit. Das ist natürlich praktisch. Ich habe erstmal viel mehr digitalen Platz und kann aber auch den externen Platz mit benutzen. Aber über Distributed User Interfaces können wir an dieser Stelle nicht weitersprechen. Da kann man ganze Vorlesungen zu halten. Wenn ich solche Lösungen habe, ist es möglich, dass ich mehrere Elemente gleichzeitig sehe, zum Beispiel Elemente des Betriebssystems gleichzeitig mit Elementen der Anwendungsebene oder mehrere Elemente der gleichen Anwendung oder aus verschiedenen Anwendungen. All das ermöglichen diese Lösungen, also vor allen Dingen die Fenster- und die Bildschirmaufteilung. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Speichern-Dialog. Ein Speichern-Dialog, der nicht den ganzen Bildschirm einnimmt, ist natürlich von Vorteil gegenüber einem Speichern-Dialog, der das tut. Warum sollte man einen Speichern-Dialog haben, der das tut? Naja, es kann zum Beispiel passieren, wenn ich einen relativ kleinen Bildschirm habe, dass der Speichern-Dialog so groß ist, dass ich den ganzen Bildschirm einnehmen muss. Das hat ein Zuordnungsproblem. Ich kann da nicht mehr so gut zuordnen, was ich eigentlich speichere. Ich habe diesen Dialog und habe aber nicht gleichzeitig den Text oder das Objekt, was immer es jetzt gerade ist, das ich da speichere. Das sollte man möglichst vermeiden. Also man sollte möglichst es hinkriegen, beides gleichzeitig zu sehen oder zumindest sichtbar machen zu können. Und wie ich sagte, Fenster, Fenster sind eine mögliche Technik, um das hinzubekommen. Fenster verringern das Preemption-Dilemma, weil ich eben flexibel bin. Ich kann flexibel mir mein User-Interface so einteilen, dass ich noch mehr sehe. Dass ich zum Beispiel sehe hier, welche Anwendungen noch offen sind oder wenn ich die Fenster auch anders einteile, was in diesen Anwendungen zu sehen ist. Oder auch innerhalb einer Anwendung, wenn eine Anwendung mehrere Fenster anbietet. Das heißt, ich bin sehr flexibel. Anpassbarkeit werden wir das nennen. Ich kann mir mein User-Interface sehr stark selbst an meine Vorlieben anpassen. Man erkauft sich diese Anpassbarkeit aber mit Sequenzialitäten, nämlich die Sequenzialität, dass ich das Fenster-Handling machen muss. Ich muss dieses Fenster ja irgendwie arrangieren. Und dieses Fenster arrangieren kann Aufwand bedeuten. Und der Aufwand kann höher sein als der Nutzen. Dann habe ich ein Problem mit der Ausführungsminimalität. Ich möchte eigentlich nicht, dass ich mich mit lauter Zusatzschritten beschäftige, sondern ich möchte, dass ich dieses, naja, dass ich produktiv arbeite, dass ich die Schritte mache, die für die Aufgabe notwendig sind und nicht die für das Fenster-Handling. Dadurch, dass Fenster-Handling relativ aufwendig ist und dass der Bildschirmplatz relativ gering ist, also der Nutzen manchmal nicht so besonders hoch ist, ist es so, dass Anwendungen in der Praxis doch im Vollbild ausgeführt werden. Gerade unter Windows ist es eigentlich sehr verbreitet, dass man Anwendungen eher im Vollbild ausführt als verkleinert. Manchmal sagt man dann auch scherzhafter Microsoft Fullscreen dazu. Vielleicht war das auch bei Windows 8 dann der Schritt, weswegen Microsoft gesagt hat, wir heißen zwar weißer Windows, aber eigentlich laufen alle Programme im Vollbildmodus. Ist ja mittlerweile wieder abgeschafft, zumindest im Desktop-Bereich. Dieses Problem, dieser Designkonflikt, Anpassbarkeit versus Ausführungsminimalität, der kann auch anders gelöst werden. Also, ich habe ihn bei Fenstern ganz stark, bei Fenstern habe ich mich ganz stark zur Anpassbarkeit hin entschieden. Das heißt, ich kann mich frei entscheiden, wie ich die Fenster anordne. Bei Ausführungsminimalität, wenn ich mich dorthin entscheide, und wir kommen in der nächsten Vorlesung zur Ausführungsminimalität, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, möglichst wenig zusätzliche Schritte, möglichst wenig Eingabeschritte zu erzwingen. Wenn ich mich in diese Richtung entscheide, sehen Fenster keine gute Lösung. Dann kann man aber andere Lösungen finden, nämlich entweder, indem ich das Fenster Handling vermeide. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich Überlagerungen einbaue, gleich auf der nächsten Folie, oder auf dieser Folie zu sehen, ich teile das User Interface selbst auf. Ich mache sogenannte Paints, also Bereiche, oder ich nehme Splitscreen-Techniken, indem ich zwei Anwendungen nebeneinander anordne, ohne dass ich jetzt dieses Fenster Handling selbst machen müsste. Für ein Beispiel für Paints sehen wir auf der rechten Seite den Browser. Im oberen Bereich sehen wir die Webseite, und unten ist ein Bereich, der ist für den Webentwickler gedacht. Das ist aber nicht in einem extra Fenster, und ich muss mir auch hier nicht die Fenster irgendwie so anordnen, sondern ich habe unten einen extra Bereich, und dieser Bereich wird automatisch so angeordnet. Was ich machen kann, ist, ich kann die Trennlinie dazwischen verschieben, aber ich kann nicht etwa dieses Fenster irgendwie beliebig oder diesen Bereich beliebig anordnen. Ich kann es in diesem Fall schon, weil man das auch abkoppeln kann. Ich habe also beide Möglichkeiten, aber in diesem Zustand, wenn es angekoppelt ist, brauche ich nicht dieses ganze Fenster Handling händisch zu machen, was ja auch hier wirklich keinen großen Vorteil hätte. Das ist immer eine Abwägung. Ich muss mich immer entscheiden. Die Frage ist, ist es mir besonders wichtig in dieser Anwendung, oder ist es für die Aufgabe besonders wichtig, dass der Nutzer selbst entscheiden kann, welche Elemente er sieht, aus welchen Fenstern, aus welchen Bereichen, oder aus welchen, naja, wo er besonders viel sehen muss, oder ist es so, dass das nicht so das Wichtigste ist, dass ich mehr auf die Ausführungsminimalität gehen kann, dann sollte ich diese anderen Techniken einsetzen. Zum Beispiel diese Paints, oder wie wir auf der nächsten Folie sehen werden, Überlagerungen. Wir sehen hier eine Überlagerung, mal links unten, das ist ein Video, das können wir uns auch mal gerade anschauen. Hier wird ein Bild überlagert, über die Seite, von der ich das Video, das Video, nicht das Bild, aufgerufen habe und diese Überlagerung, ich starte es mal nochmal, dann sieht man das vielleicht nochmal, also ich klicke da drauf und jetzt erscheint diese Überlagerung. Diese Überlagerung ist so gestaltet, dass ich nicht den Kontext verliere, ich sehe schon noch, was dahinter ist. Ich sehe also in diesem Falle, von wo dieses Bild eigentlich kommt. Es ist oben drüber gelegt. Ich muss mich aber um dieses Handling des oben drüber Legens und wie lege ich es oben drüber, nicht etwa selber kümmern, sondern diese Overlay-Technik, diese Überlagerungstechnik an dieser Stelle sorgt dafür. Und sie sorgt auch dafür, dass ich den Kontextzusammenhang behalte, nämlich dadurch, dass der Hintergrund nicht etwa komplett verschwindet, sondern der ist ja immer noch zu sehen. Er ist zwar etwas ausgegraut worden beziehungsweise abgedunkelt worden, das hilft bei der Aufmerksamkeitsleitung, aber er ist noch da und ich kann diesen Zusammenhang herstellen. Das gleiche ist oben rechts bei diesem iPhone-Beispiel. Die Meldung ist natürlich, ist hell, der Hintergrund ist abgedunkelt worden, aber die Meldung hat immer noch ihren Kontext zu der Anwendung dahinter. Das ist eine besonders hilfreiche Technik, um so ein Preemption-Dilemma zu vermeiden, insofern, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo kommt das her, wo gehört das zu. Das würde passieren, auf der linken Seite, wenn da das Bild, man würde es anklicken und es würde ganz die Seite neu laden und würde dieses Bild in groß anzeigen. Dann hätte ich den Kontext verloren und hätte dieses Preemption-Dilemma stark. Was wir hier gesehen, sind ja so transparente Bereiche, so Bereiche, die abgedunkelt sind, in die ich durchklicken kann. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Hinweis darauf geben, auf eine leider im Moment verbreitete Unart im User-Interface-Design, nämlich solche Transparenzen falsch einzusetzen. Diese Art der Transparenz hier sorgt dafür, dass ich den Kontext behalte, den Kontext, zu dem das Objekt, was ich hier habe, gehört. Transparenzen einfach so einzusetzen, sehen wir hier, hat wirklich diesen positiven Effekt nicht. Wir sehen auf der linken Seite ein KDE-Beispiel und bei diesem KDE, das ist aus OpenSUSE in diesem Fall, eine aktuelle Version, ich sehe hier Menüs und dieses Menü ist so teiltransparent. Und ihr seht in dem rechten Teil des Menüs, dass da etwas durchscheint und was da durchscheint, diese Linie, die hat mit dem Menü gar nichts zu tun, sondern ist die Scrollbar von einem Element des Fensters dahinter. Welchen Vorteil soll diese Art der Darstellung haben? Bestimmt nicht den, dass sie den Kontext besser klar macht und der Orientierung dient. Stattdessen gibt es Anlass zur Fehlinterpretation. Man überlegt sich, was diese Balken wohl im Zusammenhang mit diesem Menü bedeuten könnte. Noch schlimmer und leider muss man sagen, ist es so, dass Apple auch hier an dieser Stelle mal mit dem Mist, wenn man so will, angefangen hat, teiltransparente Bereiche. Der linke Bereich hier von diesem Finder-Fenster ist teiltransparent und was man da sieht, ist so ein Farbfeld und das ändert sich sogar, das Farbfeld, das lenkt total ab. Was ist das eigentlich? Wie kommt das denn? Was hat das denn da zu suchen? Und man sieht dann, da liegt noch ein Fenster dahinter und dieses Fenster zeigt ein Video und das Unruhige des dahinterliegenden Fensters scheint in das vordere Fenster durch. Mir ist schleierhaft, welchem Zweck das dienen soll, außer, dass man manchmal, wenn man vielleicht irgendwelche schönen Hintergrundbilder hat, irgendwie ein hübscheres und moderneres Design bekommt. Diese Transparenzeffekte haben keinen ergonomischen Vorteil. Das sieht man unter anderem daran, dass sie mal erscheinen und mal verschwinden. Windows Vista hat transparente Fensterrahmen eingeführt, wo solch ein Effekt auch passieren konnte. Bei Windows 7 gab es sie auch noch, bei Windows 8 hat man sie abgeschafft mit der Begründung, die von Microsoft damals so rausgegeben wurde und es sei moderner. Wenn man das nicht hätte, wir hätten ein klareres Design, ein professionelleres Design. Bei Windows 10 gab es sie dann auch nicht und jetzt führt Microsoft sie gerade wieder ein. Und wenn man sich mal die Beispielvideos dazu anguckt von diesem neuen Design von Microsoft, was sich, meine ich, Fluent Design nennt, das hat viele positive Aspekte. Ich möchte das hier nicht verteufeln. Aber diese Transparenzeffekte werden immer gezeigt mit einzelnen Fenstern auf einem schönen Hintergrundbild. Wenn man jetzt mehrere Fenster hätte, die da zu sehen sind, mit Fenstern, die irgendwelche unruhigen Sachen zeigen oder so bewegliche Sachen, dann ist der Vorteil dahin. Aber für dieses eine schöne Hintergrundbild sieht das toll aus. Macht es nicht, macht keine Transparenzen um der Transparenzen wegen. Wenn, dann führt transparente Bereiche dafür ein, damit der Nutzer bei Overlays, bei Überlagerungen, den Kontext zudem nicht verliert, in dem er sich befindet. So. So viel zur Kontinuität. Gucken wir nochmal, was wir unter Handlungsabläufe jetzt alles hatten. Wir hatten Differenziertheit. Vor allen Dingen ist hier jetzt der Bereich Feedforward interessant, also das Anbieten oder das Beschreiben der Handlungsmöglichkeiten. Die Attentionalität hatten wir besprochen. Die Möglichkeit, irgendwie darauf hinzuweisen, dass etwas passiert ist. Die Aufmerksamkeit auf etwas zu leiten. Beeinflussbarkeit. Wie kriegen wir es hin? Dass wir langlaufende Prozesse oder langlaufende Bearbeitungsschritte beeinflussen können, also irgendwie steuern können, dass wir sie abbrechen können, dass wir sie unterbrechen können oder dass wir sie parallelisieren können, dass wir Nebenläufigkeit haben. Und als letztes Kontinuität. Anforderung an eine stabile Welt, in der sich die Dinge nicht schlagartig ändern, sondern die Dinge kontinuierlich ändern, sodass man die Möglichkeit hat, sie zu verfolgen und den Kontext nicht zu verlieren. Gut. So viel zu den Handlungsabläufen. Als nächstes kommt der Punkt Navigation, den wir in dieser Vorlesung zur Hälfte besprechen. Der Rest ist in der nächsten Vorlesung dran. Bei Navigation sind wir im Prinzip in dem Zustand, in dem unsere Überlegungen zur Kontinuität schon gescheitert sind. Also Kontinuität ging ja darauf aus, dass ich möglichst einen Handlungs- und Wahrnehmungsraum habe und in diesem kontinuierliche Änderungen durchführe. Seien wir ehrlich, oft geht das nicht. Oft kriegen wir es nicht hin, nur durch Änderungen innerhalb eines Raumes oder eines Arrangements alles zugänglich zu machen, sondern wir müssen mehrere Masken haben. Wir müssen mehrere Bildschirmmasken haben. Wir haben so viel Funktionalität, dass wir verschiedene Einstellungsdialoge brauchen, verschiedene User-Interfaces für verschiedene Funktionen und die kriegen wir nicht so unter, dass wir sie alle gleichzeitig irgendwie wahrnehmen können und dass es immer so smooth Übergänge geben kann, wie man das bei Kontinuität bräuchte. Sondern wir haben jetzt tatsächlich verschiedene Handlungs- und Wahrnehmungsräume und wechseln zwischen denen hin und her. Nun sollte es dann ja trotzdem noch so sein, dass man die Übersichtlichkeit dabei behält und um die genau geht es jetzt in der Navigation. Und das Kriterium, das wichtige Kriterium, ist das Kriterium Orientierbarkeit. Orientierbarkeit, der Orientierbarkeit liegt ein Grund-Design-Konflikt zugrunde. Der eine ist eine vielleicht fast naive Vorstellung. Ich möchte Vollständigkeit erreichen. Alle Objekte müssen zugänglich sein und alle Objekte müssen vollständig dargestellt werden. Wenn ich das jetzt so fordere, dann kann ich mir natürlich denken, naja, also außer in wirklich ganz einfachen Beispielen kriege ich das eigentlich nicht hin, dass ich tatsächlich alle Objekte zugänglich mache und sie alle auch noch gleichzeitig vollständig darstelle. Das geht nicht. Und das geht aus mehreren Gründen nicht. Das geht zum einen nicht, weil einfach der Raum nicht beliebig groß ist. Das kann ich also nicht hinkriegen, dass ich das alles vollständig da habe. Aber es geht auch nicht, weil ich es nicht überblicken kann. Unser Wahrnehmungssystem ist eingeschränkt, wie ich das schon oft sagte, und beliebig große Räume kann ich nicht überblicken. Ich verliere dann da die Orientierung drin. Deswegen Orientierbarkeit als Kriterium, was darauf aus ist, dass ich, obwohl ich nicht alles sichtbar haben kann und nicht alles gleichzeitig darstellen kann, trotzdem am Bildschirm klar mache, wie ich alles andere erreiche. Ich muss also sagen, es gibt noch mehr. Was gibt es noch mehr? Wie viel gibt es noch mehr? All solche Fragen werden unter dem Kriterium der Orientierbarkeit beantwortet. Das ist, wie gesagt, einfach ein Problem der Masse. Hier auf der rechten Seite haben wir ein User Interface, eine Mediensteuerung, hier an der Fürstenallee. Und bei der ist es so, die ist so eingeschränkt, dass wir tatsächlich alle Objekte gleichzeitig hier sichtbar machen können. Das geht fast nie. Nur wirklich so ganz einfachen Beispiel. Wir müssen die Orientierbarkeit abgrenzen, nämlich vom Stöbern und vom Suchen. Was heißt das? Was ist Stöbern im Gegensatz zu sich orientieren? Stöbern ist, wenn ich zum Beispiel in YouTube ein Video mehr angucke und dann folge ich mal den empfohlenen Videos und dann mache ich das weiter und stöbere und stöbere. Auch bei Wikipedia, ach doch, bei Wikipedia kann man sowas machen. Ich fange an irgendeinem Artikel an, klicke auf einen Link und von da aus klicke ich weiter auf einen anderen Link und wieder auf einen anderen Link und irgendwann stelle ich fest, ich habe ganz viel rumgestöbert und bin von Höxchen so auf Stöckschen gekommen. Das ist eine wichtige Sache, dass sowas geht. Gerade bei Hypertext ist das wichtig, dass das geht, weil es auch der Natur des Hypertextes, also eines verlinkten Textes sehr stark entspricht. Aber es geht dabei nicht um Orientierungstechniken, sondern es geht darum, dieses Stöbern selber zu unterstützen. Das andere ist Suchen. Suchen, im Sinne einer Suchmaschine, ist keine Orientierung. Wenn ich in Google etwas suche, dann kriege ich die Ergebnisse aufgelistet, aber diese Auflistung der Ergebnisse zeigt mir nicht, wie ich das finde oder wie man dorthin kommt, sondern es ist wirklich ein reines Heraussuchen. Ich habe keine Struktur, in die das Ganze eingebunden wäre. Auch hier dieses Beispiel aus der Suche am Meck. Ich suche das Wort Tagung und finde ganz viele Elemente mit Tagung, aber das gibt mir keine Orientierung. Ich sehe jetzt, es gibt eine Ordnung Tagung-Fahrzeugtechnik, aber zumindest diese Anzeige, man kann das optimieren, ich weiß das, aber diese Anzeige selber hilft mir nicht bei der Orientierung. Ich habe keine Orientierungsfunktion hier. Hingegen diese Möglichkeit, die jetzt hier in dem nächsten Video kommt, zeigt die Möglichkeit, Funktionen im Menü zu suchen. und das Suchen an sich ist nicht das, was interessant ist. Aber eine andere Funktion ist interessant, nämlich die, wenn ich ein Suchergebnis anklicke, nicht anklicke, sondern darauf zeige. Ich suche jetzt hier unter Hilfe, suche hier nach Ausblenden und zeige jetzt mal auf einzelne Funktionen und was jetzt passiert ist, es werden mir die Positionen angezeigt, wo sich diese entsprechenden Einträge befinden. Ich zeige das mal nochmal. Das brauchen wir nicht nochmal. Dieses hier. Ich suche Ausblenden und jetzt zeige ich auch verschiedene Ergebnisse und diese Menüobjekte werden mir entsprechend geöffnet. Ich kann sie jetzt hier auch anklicken, kann das direkt hier anklicken, das ist schon praktisch, aber diese Funktion hilft mir bei der Orientierung. Ich kriege einen Hinweis auf den Zusammenhang. Man kann das recht verkürzt sagen, Orientierbarkeit, also die Orientierungstechniken, die Techniken für Orientierbarkeit helfen nicht beim Suchen, sondern beim Finden. Hier ist es auch eine Technik gerade, die mir beim Finden fürs nächste Mal hilft, nämlich indem sie mir den Ort zeigt. Wenn ich solche Orientierbarkeitstechniken habe und haben möchte, habe ich die Notwendigkeit, eine Struktur zu haben. Was heißt das? Ich muss alles, was ich durch Orientierbarkeit findbar machen möchte, irgendwie strukturiert abgespeichert haben. Wenn ich keine Struktur habe, kann ich allenfalls suchen. Also Web ist so eine unstrukturierte Sache. Da wird ein Index erzeugt von Google, aber dieser Index ist keine Struktur des Web irgendwie, sondern es ist einfach ein Suchindex. Was ich aber haben möchte, sind ja Strukturen, innerhalb derer ich etwas finden kann. Diese Strukturen muss ich als Index abspeichern. Diese Strukturen können entweder explizit oder implizit sein. Das ist jetzt wieder so ein komisches Begriffspärchen. Was heißt das denn? Explizit erstellt oder implizit generiert? Implizit generiert bedeutet üblicherweise, dass naja, also nein, fangen wir an, Entschuldigung. explizit heißt, ein Nutzer hat diesen Index erstellt. Ich habe selbst Verweise innerhalb des Indexes gemacht, habe gesagt, das hängt mit dem irgendwie zusammen. Im Hypertext ist das vor allen Dingen so. Implizit, automatisch generiert, funktioniert nach anderen Sachen, also zum Beispiel nach Tags, dass ich nach Tags automatisch gruppiere oder solchen Sachen oder ich habe eine reine syntaktische Struktur, die kann ich sowieso leicht implizit erzeugen. Semantische Strukturen und nicht-semantische Strukturen sind ähnlich. Semantische Struktur bedeutet, ich habe Zusammenhänge, die nach thematischem Zusammenhang sind oder ich habe syntaktische Zusammenhänge, da kann ich rein auf irgendwelchen Formen oder Anordnungen das Ganze gehen. Ich gebe ein Beispiel. Semantische Strukturen sind zum Beispiel die Menüs in einem Programm. Datei-Menü, im Bearbeiten-Menü oder in einem anderen Menü stehen die Objekte nach thematischen Zusammenhängen drin. Auch bei einem Hypertext, einem verlinkten Text, habe ich Strukturen, die haben üblicherweise semantische Zusammenhänge. Das eine hängt mit dem anderen zusammen und wird deswegen verlinkt. Syntaktische Strukturen gibt es auch. Syntaktische Strukturen sind zum Beispiel alphabetische Sortierungen. In alphabetischen Sortierungen haben die Sachen, die alphabetisch miteinander stehen, nicht üblicherweise einen thematischen Zusammenhang, sondern einfach nur diesen alphabetischen Zusammenhang. Und der liegt nur am Alphabet, an etwas Formellem. Das ist der Unterschied zwischen einem syntaktischen Index und einem semantischen Index. Für einige Orientierungsfunktionen braucht man das eine, für andere das andere. Gucken wir uns dieses Beispiel hier unten mal an, das ist aus einer alten DVD von Microsoft über Kulturen der Antike und wir haben hier einen rein syntaktischen Index. Unten ist aufgerufen FG und alle Ergebnisse hier oben sind F und G Ergebnisse. Man darf jetzt nicht die großen Schriften, da lesen Rom und Ägypten oder so, darum geht es nicht, sondern die kleinen roten, also F, unter F steht Familienleben, Frauen und Roms frühes Europa. Die drei haben so nichts miteinander zu tun, die sind nicht thematisch zusammenhängend, sondern sie sind einfach nur über diesen Index zusammenhängend, über diesen syntaktischen Index, dass sie alle mit F beginnen, mehr nicht an dieser Stelle. Gut, wenn ich solche Indizes habe, können die Indizes natürlich verschiedene Strukturen haben, oft gibt es lineare Strukturen, Zeitstrahlen, Fließtexte, auch diese alphabetische Sortierung, eine rein lineare Struktur, es gibt hierarchische Strukturen, wie zum Beispiel das Dateisystem, generell sind Informatiker immer ganz scharf auf hierarchische Strukturen, wenn man irgendwas als Baumstruktur darstellen kann, dann ist ein Informatiker üblicherweise glücklich, und es gibt auch Netzstrukturen, wie beim Hypertext. Netzstrukturen sind jetzt hier bei uns die am wenigsten interessanten. Hypertext Navigation ist ein sehr interessantes und sehr wichtiges Thema, geht aber weit über das hinaus, was wir hier besprechen können, und hat mit üblichen Anwendungen relativ wenig zu tun. Übliche Anwendungen haben meistens lineare oder hierarchische Strukturen. Gut. Wir gucken uns jetzt ein paar Techniken an zur Orientierungsunterstützung, und wir können die in zwei Gruppen einteilen. Einmal ist es Orientierung auf der Ebene des Indexes, und das andere ist Orientierung auf der Ebene des Inhaltsobjektes. Die Unterscheidung kann man sich recht leicht klar machen. Auf der Ebene des Indexes heißt es quasi, ich stelle mal da, welche Themen es so alles gibt. Nehmen wir mal ein Lexikon. Ich habe also auf der Stichworte Ebene irgendwelche Orientierungsstrukturen. Auf der Inhaltsobjekte Ebene eine Orientierungsstruktur würde heißen, ich habe schon einen Artikel rausgesucht, und innerhalb dieses Artikels muss ich navigieren. Ich muss zum Beispiel Seiten springen, ich muss scrollen können, weil das Inhaltsobjekt selber größer ist als das, was ich gleichzeitig darstellen kann. Das ist der Unterschied. Wir gucken uns erst mal Techniken auf der Ebene des Indexes an, und in der nächsten Vorlesung dann auf Ebene des Inhaltsobjektes. Auf der Indexebene muss man halt, wie gesagt, die Bezüge innerhalb des Indexes darstellen. Da gibt es typische Techniken für. Menüs sind welche, Reiter sind welche, lokale Karten, wenn ich denn eine Netzwerkstruktur habe, oder auch Breadcrumbs, wo ich innerhalb einer hierarchischen Struktur den Pfad zum aktuellen Objekt darstellen kann. Gehen wir sie mal durch. Menüs sind eine ganz alte User- Interface-Technik, viel älter als grafische User-Interfaces. Auch textuelle User-Interfaces, wie oben hier in dem Emulator dargestellt, in Apple II, die haben Menüs. Und Menüs sind da üblicherweise solche Listen, wie hier die dargestellte. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich kann dann jeweils auswählen. Hier kann ich es sogar schon mit Pfeiltasten, ältere Systeme oder einfachere Systeme, da muss ich ja jetzt die entsprechende Zahl drücken. Und wenn ich das mache, wenn ich drücke, dann erscheint eine nächste Menüebene. Oft ist es sogar so, dass die die vorherige Menüebene komplett überschreibt. Hier sieht man ja sogar, wenn wir mal zurückdenken an die gerade besprochenen Techniken zur Kontinuität, hier sieht man ja sogar noch, dass dahinter eine andere Menüebene liegt. Praktisch. Also sogar hier schon eine gute Kontinuitätslösung. Wie dem auch sei, ich habe Menüs und sehe hier immer nur eine Menüebene zur gleichen Zeit. Das gibt es heute kurioserweise wieder. Wie so oft sind es häufig die Mobilgeräte, die die alte Techniken eigentlich wiedergebracht haben. Ich mir hier das Einstellenmenü von einem iPhone angucke, da habe ich wieder eine Menüebene und wenn ich etwas anklicke, sehe ich die nächste Menüebene. Ich sehe nur eine Menüebene gleichzeitig. Damals war es eine technische Gegebenheit oder auch, sagen wir mal, dass man mit bestimmten Vorstellungen einfach noch nicht so weit war. Grafische User Interfaces war noch nicht so sehr weit. Dass man das so gelöst hat, dass man heute beim Telefon das wieder so löst, liegt daran, dass man bestimmte Platzeinschränkungen hat und es anders einfach nicht möglich ist. Ich kann einfach nicht mehrere Sachen gleichzeitig darstellen. Wenn ich aber heute ein User Interface habe, was dem WIMP Paradigma genügt, das ist das heute immer noch vorherrschende Paradigma Windows Icons Menüs und Pointing Device, dann spielt dieses Menü eine ganz große Rolle. Und da ist man dazu übergegangen, die oberste Menüebene dauerhaft anzuzeigen. Wir sehen jetzt hier ein Menü in der Mitte. Das ist so ein Menü, was so einem typischen WIMP Paradigma genügt. Das ist das Menü von diesem Programm, mit dem hier diese Präsentation gemacht wurde, von dem Programm Keynote. Und wir sehen eine Leiste, die die oberste Ebene des Menüs, nicht den Knoten, den obersten Knoten, sondern quasi die erste Reihe darunter, die dauerhaft anzeigt. Und dann kann ich einzelne Menüs öffnen und habe dann da drin entsprechend wieder weitere Inhalte. Diese Entscheidung, diese oberste Menüzeile, die oberste Ebene, dauerhaft anzuzeigen, ist eine bestimmte Lösung dieses Designkonflikts, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Der Designkonflikt Vollständigkeit versus Übersichtlichkeit. Ich kann nicht alles darstellen. Ich muss Übersichtlichkeit behalten. Übersichtlichkeit verlangt immer relativ wenig darzustellen. Man kann sich dann im Kompromiss bei dieser Technik dafür entscheiden, zu sagen, ich zeige die erste Ebene immer und die weiteren Ebenen, es könnte ja noch mehrere Hierarchie-Ebenen geben, nur nach Bedarf. Das ist eine sinnvolle Technik für diese Technologie. Auf einem Telefon ist das keine besonders gute Lösung und auch auf einem Tablet ist es keine besonders gute Lösung. Zum einen ist der Platz beschränkt und zum anderen, da werden wir nächstes Mal drüber sprechen, wäre so ein Menü auch relativ schwierig handhabbar. Also daran per Touch einzelne Elemente auszuwählen, wäre schwierig. Deswegen macht man das bei solchen User-Interface-Techniken oder bei solchen Begebenheiten, Umgebungen, so, dass man dieses Burger-Icon benutzt. Das ist dieses Icon unten rechts mit den drei Strichen. Burger-Icon hat sich irgendwie als umgangssprachlicher Begriff dazu etabliert. Es ist eigentlich eine abstrahierte Darstellung eines Menüs, also eine, in unserem Sinne, eine, ja, globales Icon, globale Abstraktion. Also Abstraktion auf die globalen Eigenschaften. Das Icon ist für die anderen Techniken, die ich gerade gesagt habe, also auf dem Tablet oder vielleicht auch auf dem Telefon, eine sinnvolle Lösung für das Menü. Ich sehe immer noch, es gibt ein Menü und ich kann es aufrufen, indem ich da drauf klicke. Ich habe aber leider nicht mehr den Vorteil, dass ich die oberste Menüebene dauerhaft sehe. Und das ist ja ein großer Vorteil. Denn dann weiß ich, was so einigermaßen zur Verfügung steht. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Leider ist man dazu übergegangen, dieses Burger-Icon auch auf dem Desktop zu verwenden und dafür das übliche Menü, dieses, was man jetzt hier sieht, abzuschaffen. Vor allen Dingen bei Microsoft ist man dazu übergegangen. Bei Mac ist man nicht dazu übergegangen, zumindest bisher nicht, weil dieses Menü da eine ganz zentrale Rolle spielt, immer am oberen Bildschirmrand angebracht ist. Das heißt, man hat dort immer noch dieses Menü, aber manchmal auch zusätzlich dieses Burger-Icon. Das schadet ja nicht. Aber nur dieses Icon zu haben, ist eigentlich eine schlechte Lösung für die Auflösung dieses Design-Konfliktes. Blöder noch ist der Trend, den es leider auch häufig gibt, bestimmte Optionen gar nicht mehr anzuzeigen, sondern nur noch über Gesten sichtbar zu machen. Zum Beispiel, indem man von der Seite über den Bildschirmrand streicht und dann erscheint ein Menü. Bei Windows 8 war es dieses Charms-Menü. Eine ganz blöde Idee. Es mängelt dann an Differenziertheit. Wenn ich keinen Hinweis darauf habe, dass ich etwas öffnen kann, dass es irgendwo Optionen gibt, dann finde ich die Optionen nur per Zufall. Oder durch Lesen des Manuals, das Lesen der Bedienungsanleitung, was eigentlich auch bedeutet per Zufall, weil kaum einer liest Bedienungsanleitung. Das als erster Hinweis zu Menüs. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der wichtig ist bei Menüs, nämlich zum Beispiel, was packe ich eigentlich in welches Menü? Diese Frage kann ich natürlich nicht allgemein jetzt hier beantworten. Das hängt natürlich vom Programm ab. Also jedes Programm packt da andere Dinge rein. Und das kann man nur untersuchen, indem man das Anwendungsszenario, den Anwendungskontext vernünftig untersucht. Gut, aber das geht nicht. Ja, also Entschuldigung. Indem man den Anwendungskontext untersucht, kriegt man es hin, zu sagen, wie viel oder was in einem Menü ist. Es gibt Hinweise dazu, oder es gibt oft die Frage, wie viele Elemente darf ich denn in ein Menü hineintun, in einem Menü einer bestimmten Ebene. Und da gibt es einen falschen Hinweis. Und auf diesen falschen Hinweis möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen. Der falsche Hinweis bezieht sich auf die Magical Number 7, die magische Nummer 7. Zahl, eine magische Zahl, nicht Nummer, magische Zahl 7. Und die besagt, vorgeblich, dass man 7 plus minus 2 Elemente an Einträgen, also Einträge in ein Menü hineintun dürfte. Was hat es damit auf sich? Es gibt eine Untersuchung zu dieser Zahl 7. Und die bezieht sich darauf, zu fragen, wie viele Elemente sich ein Mensch eigentlich merken kann. Und was man gemacht hat, ist, man hat einen bestimmten Versuch gemacht. Man hat einem Nutzer, oder nicht einem Nutzer, sondern man hat einem Probanden verschiedene Elemente gezeigt, die nichts miteinander zu tun haben. Irgendwelche Elemente, ganz wirres Zeug, was nichts miteinander zu tun hat, wo man sich also nicht Zusammenhänge drin merken kann, sondern einfach ganz unterschiedliche Dinge. Worte zum Beispiel könnte man da nehmen, oder Gegenstände. Dann hat man mit den Nutzern zwischendurch, ich sage immer Nutzer, mit den Probanden zwischendurch andere Dinge gemacht, dass sie auf andere Sachen kommen, dass sie sich also nicht die ganze Zeit etwa das merken würden, oder immer wieder aufsagen würden, sondern man hat sie zwischendurch abgelenkt. Und dann hat man hinterher ihnen gesagt, sag doch mal die Gegenstände auf. Und dann hat man da festgestellt, ah ja, zwischen 5 und 9 Gegenstände können sich dieser Art gemerkt werden. Elemente, kann man sich merken. Daher kam die Magical Number 7. Was hat das mit unserer Gestaltung von Menüs zu tun? Dieser Hinweis, 7 Elemente, findet sich in vielen Ergonomie- und Usability-Leitfäden, unter anderem sogar auch in der ISO 92-41. Das ist aber Blödsinn. Warum? Was haben wir denn gehabt, diese nicht miteinander zusammenhängenden Elemente, also Unsinn. Wie viel Unsinn kann man sich merken, ist eigentlich fast die Frage. Wie viele schwachsinnig zusammenhängende oder nicht zusammenhängende Elemente kann man sich merken? Das hat mit einem Menü absolut nichts zu tun. Denn in einem Menü sind die Elemente, die dort drinstehen, nicht unzusammenhängend, sondern sie haben etwas miteinander zu tun. Es war auch nicht die Aufgabe, sich irgendwie zu merken, welche Elemente in welchem Menü sind, sondern die Menü-Elemente sind ja, wenn man das Menü geöffnet hat, persistent zu sehen. Das heißt, man muss sie sich nicht merken oder aufzählen. Und es geht ja hier auch nicht um Erinnerungsleistung, sondern es geht ja darum, die möglichen Auswahlen, also die möglichen Alternativen zu präsentieren. Das ist genau der Vorteil von User-Interfaces. Ich muss mir nicht etwa merken, wie es geht und was es gibt und welche Elemente es gibt, sondern ich biete sie an. Ich zeige sie am Bildschirm an. Das genau ist der Vorteil eines Menüs. Das heißt, das Szenario des Menüs und das Szenario der Untersuchung, wo man auf diese 7 gekommen ist, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dieser Hinweis ist Blödsinn. Jetzt habe ich ihn euch gesagt, jetzt merkt ihr euch ihn wahrscheinlich ständig, aber merkt euch dann auch bitte dazu, er ist Blödsinn. Und wenn er irgendwo auftaucht, lasst die Leute vielleicht bei ihrem Glauben, ihr müsst keinen Streit vom Zaun brechen, aber es bleibt Blödsinn. Gut, soviel zu Menüs. Ähnlich wie Menüs sind Reiter, aber Reiter haben etwas anderen Charakter. Menüs sind ja so, dass sie, naja, eigentlich nur textuelle Einträge haben und die dann vielleicht verschachtelt in mehreren Elementen. Reiter haben üblicherweise nur eine Ebene und diese eine Ebene bleibt dauerhaft sichtbar und ich kann mir einen Reiter davon auswählen und das ist dann der aktiv gerade angezeigte Reiter. Das kennt ihr alle, diese Reiter. Es gibt verschiedene Darstellungen davon. Bei Mac sehen sie anders aus als unter Windows und unter älteren Windows sehen sie anders aus als unter neuerem Windows. Das ist eigentlich egal. Hauptsache ist, ich sehe alle diese Kategorien von dem Reiter gleichzeitig, kann sie alle mit einem Klick erreichen und eine der Kategorien ist vorausgewählt. Wenn wir uns die Beispiele hier mal angucken, sehen wir das auch, also rechts oben eine Windows-Darstellung davon. Da sehen wir das Verzeichnen. Der Verzeichnis der Reiter ist ausgewählt, die anderen Reiter sind nicht ausgewählt. In einer Mac-Darstellung sehen wir auch die verschiedenen Reiter, die jetzt nicht mehr genau diese Reiteroptik haben, aber letztendlich ist das das gleiche Prinzip, was hier passiert. Das Beispiel unten rechts hat Probleme, und zwar zwei Stück. Das eine ist die Erkennbarkeit. Das ist auch schon in dem oberen eigentlich der Fall. Die Unterscheidung zwischen dem aktiven Reiter und dem nicht aktiven Reiter ist nicht besonders stark ausgeprägt. Da könnte man sich nochmal das angucken, was wir unter Auszeichnung besprochen haben und unter Plastizität besprochen haben, und man könnte diese Unterscheidung stärker machen. Zum Beispiel, indem man die Farbabstufung stärker macht oder indem man einen leichten Schattenwurf einfügt. Beides wäre hier möglich, um diese Unterscheidung klarer hinzubekommen. Der untere Rechte hat auch vor allen Dingen ein Problem mit Kontinuität. Vielleicht habt ihr solch einen Dialog mit solchen Reitern in letzter Zeit mal gesehen. Die waren früher ganz verbreitet, bis Windows XP vor allen Dingen, nämlich die Reiter in mehreren Ebenen übereinander. Also nicht inhaltliche Ebenen, das ist keine Hierarchie, sondern sie passen halt nicht in eine Zeile. Und dann hat man einfach mehrere Zeilen genommen. Wenn ich jetzt Umrandung auswählen würde, dann würde die komplette obere Zeile nach unten wandern. Das widerspricht ganz extrem der Kontinuität. Da verspringt alles. Das ist kein stabiles Umfeld. Das ist etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Die Lösung war schlecht. Warum hat man sie gewählt? Naja, weil man in der Horizontalen wenig Platz hat. Wenn man in der Horizontalen wenig Platz hat, was oft ein Problem ist, weil ja der Text horizontal geschrieben ist, ist da wenig Platz, kann man natürlich auswandern, ausweichen und macht die Reiter einfach nicht horizontal, sondern vertikal. Das sieht man hier auf der linken Seite. Da hat man dann üblicherweise ein bisschen mehr Platz. Zudem kommt das auch noch dem typischen Bildschirmdesign von heute entgegen, was ja eher sehr breit ist. Das heißt, ich kann eher von der Breite ein bisschen was abknapsen, als dass ich von der Höhe ein bisschen was abknapse für einen Reiter. Eigentlich eine schöne Lösung. Lokale Karten als User Interface Technik sind eine Technik, die eigentlich viel mit Hypertext zu tun hat, hintereinander verbundene Inhalte, Hypertext-Inhalte. Die sollen an dieser Stelle, wie gesagt, nur am Rande eine Rolle spielen. Eine Karte ist aber ein durchaus hilfreiches Element, um dann in so einem Hypertext von so untereinander verbundenen Elementen nicht zurechtzufinden. Die Lösung hier auf der linken Seite, Hyperkarten, ganz altes Apple-System, zeigt sogar zwei Karten auf zwei verschiedenen Ebenen. Das obere steht Current Report Overview. Da sehe ich also, dass ich innerhalb eines Reports offensichtlich in einem bestimmten Kapitel bin, nämlich in dem Kapitel Research Issues. Und die andere Karte, die ich da auch nochmal groß dargestellt habe, die zeigt innerhalb dieses Kapitels, Research Issues, wo ich dann da drin bin und sehe dann, dann kann ich mich daran wieder zurechtfinden, in jeweils lokalen Karten. Wichtig, damit es auch eine Orientierungsunterstützung ist und nicht nur eine Karte, es muss auch dargestellt werden, wo ich bin. Und das wird hier getan, nämlich da steht ja Discourse Queues und das ist genau das Element, was gerade links angezeigt wird. Das heißt, dieser Teil, wo bin ich denn gerade in dem Verhältnis zu diesem Ganzen, ist da sehr wichtig. Sonst habe ich keine Orientierungsunterstützung, sonst habe ich nur einfach eine Karte. Eine Karte, so wie ich eine Wanderkarte hätte. Und eine Wanderkarte macht auch nur dann Sinn, wenn ich auch irgendwie herausfinden kann, wo auf dieser Karte ich bin. Die Karte alleine reicht nicht. Wichtig, sich zu merken. Irgendwie vergleichbar mit Karten sogar sind Breadcrumbs. Breadcrumbs sind Orientierungsunterstützung in hierarchischen Strukturen, also in Baumstrukturen. Ich habe ja schon gesagt, Informatiker fühlen sich besonders wohl in Baumstrukturen. Ich brauche also eine hierarchische Struktur. In der hierarchischen Struktur kann ich ja immer zu der aktuellen Position, an der ich gerade bin, einen Pfad angeben. Und genau diesen Pfad gibt man in so einem Breadcrumb an. Man kann auch sagen, ein Ariadnefaden. Breadcrumbs bezieht sich auf das Märchen von Hänsel und Gretel, Ariadnefaden auf die entsprechende griechische Sage. Der Breadcrumb ist allerdings mittlerweile der verbreitetste Begriff, was ein bisschen kurios ist. Wenn man sich überlegt, dass Breadcrumbs oder Brotkrumen, das sind ja Brotkrumen bei Hänsel und Gretel, Brotkrümel, irgendwie bei Hänsel und Gretel ja nicht besonders gut funktioniert haben. Und außerdem passt die Metapher auch nicht so richtig, denn diese Brotkrumen geben ja an, wo man hergekommen ist, während diese Art der Visualisierung die Position in der Hierarchie angibt. Das muss nicht unbedingt der Pfad gewesen sein, auf den man gekommen ist. Wir lernen später mal noch andere Brotkrumen kennen, andere Breadcrumbs, die dem eigentlich mehr entsprechen. Wie dem auch sei, wollen wir jetzt um den Begriff uns nicht streiten. Der Begriff ist üblich, dass man sowas Breadcrumbs nennt. Wir sehen hier jedenfalls die Einordnung in den Pfad und damit eine gewisse Orientierung. Wir können die Struktur teilweise wahrnehmen und erahnen. Von diesen Breadcrumbs gibt es interessante Abwandlungen, interessante Variationen. Eine ist eine von Microsoft entwickelte, die hier oben zu sehen ist. Das hat man bei Windows 7 eingeführt, vielleicht bei Windows Vista. Ich bin mir nicht sicher, könnte auch bei Windows Vista gewesen sein. Ich sehe nicht nur den aktuellen Pfad, sondern ich kann immer mit einem Klick auch die Elemente auf der gleichen Ebene angucken. Das heißt, ich kann hier auf diesen Pfeil nach unten klicken und kann sehen, dass in dem Ordner Beispiel Bilder drei Unterelemente drin sind, nämlich Peinlich, Urlaub und Wichtig. Und das Gleiche kann ich an jeder dieser Ebenen tun. Das heißt, ich kann einigermaßen gut in diesem Baum navigieren, obwohl ich immer nur einen Pfad zu einem Zeitpunkt gleichzeitig sehe und auf einer Ebene Zusatzelemente einblenden kann. Schöne, interessante Lösung, gerade für Dateisysteme. Sehr lobenswert. Am Mac geht das leider nicht, man kann aber eine Pfadleiste einblenden. Die muss aber zusätzlich eingeblendet werden und erscheint dann unten und dann habe ich da die Möglichkeit, den Pfad zu erkennen, den aktuellen. Was ich mit Breadcrumbs auch machen kann, wenn ich nicht eine bestimmte Position innerhalb einer Hierarchie darstellen will, sondern in einem seriellen Ablauf, kann ich einen Breadcrumbs auch dafür benutzen, wo ich in einem seriellen Ablauf, in einer Sequenz von Masken gerade bin. Das Beispiel unten zeigt es an einem Flug, der gebucht werden kann. Es steht hier Flug buchen, wäre der erste Schritt gewesen. Start und Ziel wären der zweite. Flugzeit wählen ist der aktuelle Schritt, in dem ich mich gerade befinde. Und es folgen noch zwei weitere Schritte, die ich dann noch durchführen muss. Wichtig ist dann aber natürlich, dass ich die aktuelle Position herausstelle. Wenn ich das nicht mache, ist das ziemlicher Unsinn. Ist sogar insofern Unsinn, als dass dann viel interpretiert würde. Man würde dann nämlich annehmen, dass wir schon bei Bezahlen sind. Man würde dann den Breadcrumbs so lesen, wie vorher, dass eben das letzte Element das aktuelle ist. Dies ist auch eine schöne Lösung, um in hierarchischen Abläufen, nein, nicht Quatsch, in seriellen Abläufen, die also immer in dieser Reihenfolge sind, anzuzeigen, wo ich mich gerade befinde. Und wie immer geht es ja bei Orientierung darum, zu zeigen, wo ich mich befinde. Wir befinden uns jetzt am Ende dieser Vorlesung. Und in der nächsten Vorlesung geht es mit dem weiteren Teil von Navigation weiter, nämlich Navigation innerhalb eines Objektes, wenn das Objekt größer ist, als das, was sich darstellen kann, zu einem Zeitpunkt. Jetzt schauen wir mal, Vielen Dank.